Hallo, willkommen zu einem neuen Battle von Yu-Gi-Oh! Online mit... Ähm, ja mit... Schlau mal her. Ja. Wenn du auf YouTube darfst, schlau mal her. Ja, also wir liefern uns heute mal wieder ein krasses Battle. Ob es so krass wird. Ja, Steinpapier. Weil ich hab das jetzt jedes Mal das gleiche genommen. Bei jedem meiner Lasplays. Immer Stein. Ich sollte das mal ändern. Okay, lass mal dich anfangen. Aber das find ich gut, das ist nett. Die Augen find ich sehr hässlich, deswegen hab ich die genommen. Es gibt grüne Augen. Ja, die auch. Oha. Oha. Oh Gott. Oh Gott. Ey, und was ist das da, DPSP? Keine Ahnung, okay. Ah, das sind die Thasen, okay. Ja, und ich muss jetzt noch was sagen, bevor du ne Karte spielst, ne, immer nur die Karte anhalten, dann ist da drüber so ein schwarzer Block, ne, mit Beschwören, Setzen und Mischen, ne. Setzen, also du musst dann nochmal extra da draufklicken, ne, bei Setzen spielst du die in verdeckt Verteidigungsposition und Beschwören auf ne Angriffsposition. Mhm, und was ist Mission? Da tauschst du einfach die Karten, so wie die ich jetzt hier mache. Da. Bringt das was? Nein. Okay. Ist ja dann letztlich. Oh Gott, oh Gott, okay, zieh dir eine gute Karte. Boah. Weil mein erster Gegner hat nämlich direkt einfach auf die Karte gedrückt und dann hat er die direkt im Angriffsmodus beschworen, ja. Also. Hast du irgendwie nur Fallenkarten und so gezogen? Ne, nicht ganz. Oh mein Gott, das sieht man direkt vor der Angriffspunkte, äh Lebenspunkte. Die Karte hat sich schon mal gelohnt. Okay, äh. Hm. Ich mach mich mal. Haha. Ne, ist jetzt gepasst. Warum spielt ihr alle immer die Karten in verdeckter Verteidigungsposition, obwohl meine auch in verdeckter Verteidigungsposition ist? Das legt mich voll auf. Okay, was ist jetzt hier Ende? Ah, EP. Genau. Und. BEP ist halt Battle Phase, ne? Hm. Battle. Jetzt muss ich überlegen, was ich hier mache. Ich weiß schon, was ich mache. Oh, oh, man. Halt. Deine Karte, ich bin sie nicht. Weißt du, was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwas machen? Äh, ne, du musst nichts machen. Okay, gut. Dann ist gut. Was hast du jetzt überhaupt gemacht? Oh Gott. Dein Monstergeopfert und Jinso gerufen. Also ich kann dringend das aktivieren. Das da war's. Warte. Kann ich das nicht aktivieren? Ah, ne. Auch am Hahn? Wieso? Also du bist der erste Gegner, der jetzt Jinso direkt abbekommen hat. So, ich werde. Sehr nervig. Weil, ich kann nicht die Fallenkarten mehr beschweren. Äh, benutzen's, äh, scheiße. Ey, manchmal frage ich mich, ob ich mies bin, wenn ich das so hart mache. Ich finde nur diese Karte mies. Kann ich mich ja nur mit meinen scheiß Monstern verteidigen. Misch ich vorher nochmal die Karte. Boah. Boah. Ne, okay. Äh, EP. Er könnte das nicht machen. Vielleicht hätte ich meinen Typ besser designen sollen, dann hätte er vielleicht besser gezogen. Boah. Boah. Ha, 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 ha. Wer weiß. Ja. Ich weiß nicht, ich glaub ja doch, das ist besser. Ey, mein, meine Karte ist so gut. Da hast du gar keine Chance. Also, ist so ne gute Karte die ich zu legen hab. Ich tue Jinso lieber wieder weg. Danke. Ich möchte mal nämlich mit... Du musst Rechtsklick drücken. Ah, nein, nein, nein! Juhu. Das war mies. Ich weiß. Ich fand's aber gut. Okay. Ich hab den so eigentlich nur weggetan wegen meinen Fallgarten. Aber das nur jetzt der Fallgubeligen hat, das hab ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Das weg. Ich wollte ihn ja erst wegmachen, aber das ging ja nicht. Bei der Erde ist ein dummen Effekt. Oh, oh. Hm. Man, die Karte. Kann ich nicht irgendwie die setzen? Ah, jetzt. Geht es auch? Der? Nein. Wie gut ist denn die? Ah, ja, von mir aus. Was? Boah. Mann. Loll, die Karte hätte ich einfach mal locker zerstören können. Ups. Nein. Ah, Mann. Egal, ich muss es machen. Äh... Los! Was ist das für eine scheiß Karte? Wann kriegt die... Lichtmonster, 700 Angriffspunkte. Ja, ja, na klar. Und ich hab dann da noch einen Lichtmonster liegen, weißt du? Was ist das denn? Ich seh gar nix. Ja! Aber du kriegst ja keinen Schaden, von daher ist das scheißegal. Ja, das ist wieder gut. Aber alle meine Würmer sind, glaube ich, schlicht Monster. Das find ich gut. Was, was, was? Was aktivierst du? Was passiert? Nix. Spaß. Da passiert jetzt was. Wenn du den Zug beendest. Aber naja, jetzt passiert sogar Dreck, das ist ja auch cool. Ah, okay, wie beende ich das jetzt? Da kann ich noch anders machen. Ich guck mal. Ne, kann ich nicht. Oder? Ne, kann ich nicht. E.P. Wie viele anderes Punkte hatte deiner gerade 2300, ne? Weiß ich nicht. Ne, glaub nicht. Aha, ich kann Jinjo wiederholen. Nein! Ich mag Jinjo nicht. Ich mag Jinjo nicht. Ich glaub, das ist das Kiri sogar mal, ja. Was ist da zu risky an? Und Jinjo ist sehr risikolos, würde ich sagen. Äh, nein. Buttonface. Ich hab direkt den Burmkönig mal gespielt, ja. Der macht dich jetzt voll fertig. Mann. Das ist voll nicht nett. Aber jetzt hab ich voll hier... Äh, ja, ich aktiviere jetzt... Welche will ich aktivieren? Das ist doch ein Lichtmonster, oder? Mann, das finde ich gut. Wow! Nein, Mann! Ich verliere gegen den nicht! Ich darf nicht gegen den verlieren, Mann! Was ist das für ein Schein? Warte, was? Jinjo... Okay, Jinjo ist kein Lichtmonster. Ich dachte schon, dass mein Jinjo dann schwächer wäre als deine Karte. Komm jetzt, ich komm da runter. Boah, ich dachte grad, du hast nur so wenig Anweispunkt. Ich wollte mich grad freuen. Das ist... Nein! Das darf nicht sein, Mann! Das kann jetzt nicht verlieren! Und die Karte hat sogar noch ich dem gegeben! Wer sagt mir die Karte? Ich glaub das grad nicht. Ey, hätt ich erst mal nachdenken sollen! Gehe... Die Karte ... kreischen. Echne! Jetzt muss ich erst mal einen Schluck Wasser trinken! so abhängig mann es ist kein Lichtmann jetzt nur weil du das gemacht hast mal ist dass er das tut mir wirklich leid Und weißt du, was das Gute ist? Ich kenn dich, ja. Normal, wenn man ja Ruf der Gejagten zerstört, wird ja auch das Monster zerstört. Aber da Jinso wieder den Effekt von Ruf der Gejagten zerstört, bringt das auch nichts, wenn man sie zerstört, weil dann bleibt Jinso trotzdem liegen. Ich kann ja noch in Verteidigungsposition machen, das geht ja. Tut mir leid. Aber... Eigentlich wollte ich nur mit Reptilien gewinnen, aber... Ich hab's gut gemacht. Ich bin so blöd! Warum hätt ich nicht anderes mal zu holen können, Jinso schaffst du dich. Jetzt kann ich meinen eigenen Fallkarten deaktivieren, Mann. Warte, ich hab' ne Idee. Oh Mann. Ey, hast du dich? Ey, ich hab' nicht gedacht, als Jinso jemanden zu hassen werde. Das ist jetzt blöd, irgendwie. Zerstör bitte einfach Jinso! Nein, du hättest den so oder so zerstören können, was soll der Scheiß, wen gubsen du jetzt? Hast du überhaupt einen Monster, was für einen Sterne hat? Hm? Gerade noch so. Warum opferst du jetzt den? Und nicht Jinso? Egal. Egal. Schon gut. Jetzt wird nämlich Lebensmunkte abgezogen. So weit darf ich nicht denken. Ich weiß auch, ich sitze ja den mit dir aufbauen und den. Genau, ja, ja. So war das geplant und jetzt kommt der. Ich kann nicht mal mehr Fallkarten aktivieren, das ist scheiße. Das ist gut, da kann ich nicht den nämlich jetzt verdichten. So, BP, wieso kann ich nicht in die BP? BP, weil du nachdenkst. Naja, ich hab genacht. Das ist ein BP. Das war recht Klick. Geht nicht, da ist es grau. Rechtsklick meine ich, ich drück einfach mal rechtsklick. Rechtsklick, geradeaus. Ah nein, jetzt hab ich die Karte gesetzt. Das war's nicht. Ja, geht nicht, ich kann nur auf EP. Ich auf EP. Ah ja, genau, weil du die Magiekarte eingesetzt hast. Da kann man nicht mehr in die Battle Phase. Oh Mann. Ja, und ich hab kein... Jetzt wollte ich doch blöden Chinzor loswerden. Ich hab keine Monsterkarte gezogen. Ey, du bist der erste Gegner, der mich so zum Schwitzen bringt. Ich muss meine Jacke ausziehen. Okay, das erste Duell von mir hat 44 Minuten gedauert, ja? Und ich hab 44 Minuten lang hochgeladen. Okay, äh, gut, jetzt kommt noch der. Ah, der reicht, super für den. Das ist gut. Vielleicht hab ich ja ne Fallenkarte da liegen. Hahaha. Das ist mies. Ich kann ja nicht mal Fallenkarten aktivieren. Wohin, das ist eigentlich nicht schlauer. Nee, nee, nee. Mach das nicht, dumme Karte. Nee, oh Mann, ist die dumm. Nein, Karte. Egal, vielleicht ist das besser. K, die Karte statt. So, ähm. Hahaha, ich kann ja Fallenkarten aktivieren. Uhohoho. Nein, danke. Oh, oh, jetzt hast du mich gekontert. Nein, ich mach nicht nochmal so ein Fehler, dass ich deine Karten zurückhole. Komm, das ist doch nett. Ich hab ja so gute Karten. Kreift mein Typ eigentlich heute noch an, oder? Ja, wenn das ja alles zu Ende ist. Achso, achso, okay. Ich dachte schon, der ist irgendwie eingeschlafen oder so. Und er hat keinen Lust mehr zu arbeiten. Boah, so viel Lebenspunkt hab ich noch nie verloren. Ja. Alter, du hast doch voll Lebenspunkt. Ich hab doch... Boah. Ich kann gewinnen. Okay, was ist jetzt... Wenden. Nein. Gucken, ob ich noch irgendwas sinnvolles machen kann. Jetzt muss ich außerirdische Zinanz habe ich verloren. Ich hasse dieses Spiel. Gut, Ende. Ja, Ende. Ich hab die Magiekarte gezogen, die Maschinenmonster um Doppelte erhöht. Hm, nein, das ist jetzt egal. Einfach. Ja, mein Verzeihens, danke. Danke. Gut. BP. Waaah! Attacke, komisches Monster. Nein! Schlebt noch eine Runde. War... Ich wollte einfach eine Scheißkarte zählen, weil ich will es verlieren. Ich will es nicht. Mann, es wird gewinnen. Nein! Ja! Ja! Ich will es nicht. Fühlt sich gut. Es kann doch nicht wahr sein. Das soll in der Scheiß jetzt! Ich will es nicht. Fühlt sich gut. okay ab dem Ziel noch so ein Typen Kohl ich hab nur so Karten die erben das ist eine die in die Artikel erhält wenn sie gegen die Monster kämpft ja gut der der mal ein Felser ein Fels ich will nicht verlieren ich glaub das gerade nicht ich glaub das nicht ich hab gegen den Verlust er hätte sie überhalten hättest du hättest wer hat es nicht verloren hättest du nicht so einfach weiter gespielt dann hättest du und dann statt von Lohr ja nein der Herr WL hätte ich damit meine Karten checken können und dann trech nie zum Karten der hättest mich an ach jetzt heißt er ah ok mit Hälschung ok äh der andere sieht hässlich aus ich nehme den juhu ok das war aber Glück nicht zu geben nein erhofflich habe ich nicht aufgenommen mein Spaß ich hab verloren Siege ein ich hab sogar direkt der Blub ok das war das für uns ein krasses Battle Kiel und ja bis zum nächsten Mal tschüss ja 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 ja